Herzlich Willkommen zu den Endergebnissen unserer North Pole Challenge. Heute fangen wir mit Platz 1 an. Ich glaube, das wird diesmal spannender. Platz 1, noch relativ neu bei uns, aber schon ein wirklich tolles Mitglied. Herr Bausen, Stufe 25 erreicht. Congrats. Mit Herr Bausen in unsere Gilde zugestoßen. Ebenfalls Platz 1, Dyatronic, Stufe 25. Herzlichen Glückwunsch. Und wieder ein Platz 1, dann 15, yeah, Stufe 25. Herzlichen Glückwunsch. Und als nächstes Tristan Aka Winniecraft. Der ein oder andere kennt ihn aus den Minecraft Videos. Platz 1, Stufe 25. Alex 2651. Platz 1, Stufe 25. Und now, here is Tetsuo. Platz 1, Stufe 25. Einer fehlt da noch. Einer fehlt da noch. Das ist meine Wenigkeit. Ich bin daher gleich und ich habe nur Stufe 24 erreicht. Meine gildenden Mitglieder sind besser als ich. Und ich bin stolz darauf. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest in den Reihen eurer Lieben. Schöne, besinnliche Feiertage und ganz tolle, viele Geschenke. Macht's gut, bis dann. Und tschüss.